2015. In Giestland, Bremerhaven und Umzu hat ihn keiner, den Sterzinator. Er kann schwere Glasscheiben tragen und das bis zu einem Gewicht von 600 Kilo. Der Sterzinator kommt überall hin, auch wenn es mal sehr eng wird. Nur eine Person steuert ihn. Das reicht. Ein weiterer Mitarbeiter achtet lediglich darauf, dass alles passt. Glaserei Sterz. Pünktlich. Sauber. Zuverlässig.